Ja und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Baldur's Gage 3 und wie ihr seht, das Interface hat sich ganz leicht verändert, denn ich habe einen Controller angeschlossen, das wurde mir empfohlen, dass ich das mache, denn a, die Steuerung ist mit dem Controller sehr viel geiler, zumindest wenn man so ein bisschen rumlauft, dann ist es ein bisschen immersiver, aber ich kann jederzeit, ganz einfach wieder zur Tastatur wechseln und ich dachte, ich mache das mal so, weil dann kann ich mal meinen Charakter so direkt steuern und da wirkt es irgendwie ein bisschen, ja intensiver finde ich, so, da meine Kollegen. Ähm, wo ein Goblin ist, sind auch 10, ich verschwinde, bevor die Horde anrückt. Oh, ist das wirklich ein Thema? Ein Kampf vorbei und ihr zettelt die nächsten an, entspannt euch, Druiden, diese Goblins machen keine Gefangenen. Ihr dürft jederzeit meine Bezahlung rausrücken. Hahaha, ihr habt gesagt, ich bin auf Böse. Ähm. Ach ja, was so ist. Einschüchtern, Schluss jetzt. Beruhigt euch, wenn ihr nicht wollt, dass ich mich einmische. Überzeugen? Gewalt bringt die Toten nicht zurück. Hört auf und denkt nach. Ähm. Da. Ja. Oh, scheiße, ich würfeln. Aber, plus 5. Also mit X geht das. Ah, na, Y. Aber trotzdem, mehr als genug. Nice. Naja. War's das jetzt? Wollen wir vielleicht reden? Naja, ich bin ein paar Wurfe. Das ist schlecht. Äh, ich habe keinen Streit mit Druiden. Warum wollen sie euch verjagen? Diese Goblins. Gab es noch mehr solche Angriffe? Ich bleibe nicht lange. Ich muss nur einen Heiler finden. Naja, straight to the point. Ja, war ja klar. Also ganz ehrlich, du schaust schon ein bisschen aus wegen Kämpfer. Ja, aber dass sie es jetzt einfach abschneiden wollen. Dieses Ritual. Ja. Ich möchte versuchen zu helfen. Ich tue was. Ich kann mir Platz bei der Kopf. Ich habe zu viele andere Sorgen. Was kriege ich für meine Hilfe? Ich bin schon ein Arsch. Ja, gut. Wir sind Messenger. Du findest die Druiden am Herzen des Groves. Please, make them see sense before more lives are lost. Ja, ich versuch's mal. Ah, so kann ich also rein und raus zoomen. Lesenke. Bist du... ...n Händler? Was mit dem Quatschen? Was ist mit dem Quatschen? Danke schön. Ist da nichts, was du brauchst? Akt schnell wenn du so. Das Ritual wird komplett bevor zu lange. Ich bringe deine Hand wirklich ab. Ja, was verkaufst du hier? Jo. Okay, warte mal. Es gibt zwei Möglichkeiten, die ich schnell zu kaufen und zu verkaufen. Han geht schneller und einfacher, aber du kannst auch in Tauschgeschäften falschen. Okay. Trank. Trank. Oh ja, Trank. Hätte ich gern. Maximal. Ansonsten. Mittlere Rüstung ungeübt. Mittlere Rüstung ungeübt. 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 Nee. Kekswaffen und Langwege ungeübt. Alles ein bisschen doof. Handschuhe. Okay, dann werden wir auch ein bisschen Scrap hier mal verticken. Uh, das lasse ich mal. So, das hier weg. Schlichte Lobe. Zweimal. Ja, geil. Erstmal Zeugs hier verscherbeln. Ja, das brauche ich eigentlich auch nicht. Brauche ich das dunkle Verstand? Nee. Mystische Rune. Brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Fafümierter Brief. Also durch den Dschübeln Buch kannst du haben. Silbermedaillon. Kupferring. Ähm. Gut, will ich auch nicht tragen. Rap hier. Behalten wir mal ein. Kupferring. Ah, nee. Die Sachen behalte ich. Dieses Werkzeug. Okay. Rattenherz. Du hast ja auch noch Zeugs. Was hast denn du da noch so? Hallo? Genau. Silber bauen. Ah ja, weg damit. Aha, weg damit. Schriftrolle. Seenmünze. Okay, ansonsten hat keiner irgendwie was extra. Ja, nicht so viele extra. Okay, wir kriegen 301 Geld. Können wir da jetzt reichen? Handel annehmen. Puppengold. 338. Ja, geil. Ähm. Ach ja, warte mal. Proviant. Proviant, 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 Proviant. Dü, 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 dü. Was ist denn das da? Süßkartoffel. Aber so. Was war das? Diebeswerkzeug. Was war's? Verkaufen wir mal drei. Oh shit, das ist teuer. Ähm. Geil. Pizza. 15 Lager vorrede. Verkaufen wir auch mal. Ritzwurst. Naja, komm. Lebensmittel her damit. Handel annehmen. Was? Also, warte mal. Ach so, Angebot ausgleichen. So. Okay. Wer hat jetzt den ganzen Krempel hier? Ja, gut. Passt. Silvanus, guide your path. Tonge. Äh, Einstellung von Händler. Unter wasser im Blick den Händler solltest du Vorsicht walten lassen. Jeder Einstieg, der gewährt für die Preise. Okay. Moin. Das. Das sind große Tiere. Okay. Wo ist die denn jetzt hin? Und wieder. Swing and swing and... Mal sehen. Ich glaube, da unten hat es noch mehr Händler. Oh, da habe ich schon mal alles gekauft, was ich eigentlich wollte. Das ist ein Schmied. Den brauche ich nicht. Das sieht... Oh, da. Lebensmittel. Hey, wir schätzen bei dir aus mit Rationen. Ich bevorzuge gerösteten Zwerg. Nicht mehr küsst nicht den Zwerg denken, sondern die Schüssel nehmen. Geil. Ja, aber sehr nett. Grütze. Jedenfalls kann ich mit dir... Ja, ja, schon klar. Okay, also nicht handeln. Kann ich es mit dir wenigstens? Ah, das ist ein Eater. Es ist ein schwerer Tag, wenn ich einen von euch lacht. Danke, dass du nachher gekommen bist... Oh. Was? Oh. Du wütstst nach was. Du wütstst nach etwas, glaube ich. Und deine Augen. Du wundervierst, als du nicht wissen, was du wirst. Und die Wunschwunsch. Und die Ethel wirst du in. Ich habe lozenten und potionen galore. Nicht nötig, mir geht's gut. Wirklich, ich möchte nur handeln. Dich umsorgen. Echt? Ach ja, warum eigentlich nicht? Aha! Du nimmst eine Suppe an das und du fühlst recht wie Räume, liebte. Was ist das? Mh... Könnte dieses Gebräu auch bei ernsthaften Problemen helfen? Das ist eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Frage. Ich weiß wirklich nicht, was mit mir los ist. Das ist ja das Problem. Ich habe eine Krankheit, eine ungewöhnliche. Ich bin einfach nur müde über einen langen Tag. Ja, machen wir das erste. Manchmal denke ich schreckliche Dinge, richtig, richtig schlechte Dinge. Ich schlafe nie, jede Nacht werden meine Träume von Gemetzel heimgesucht. Ich weiß nichts über meine Vergangenheit. Mein Gehirn ist völlig vernebelt. Ja, fangen wir lieber mit ihm an. Das ist so sehr, 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 sehr. Unsere Weg definiert uns, Petal. Hm... Ein gedankenscheinender Parasit hat mich infiziert. Eine Illy-Dritten-Narve hat sich in meinen Kopf eingenistet, aber die anderen haben keine Symptome wie ich. Ja. Was? Wirklich? Äh... Irgendwas an euch ist selten... Findest du? Nein, finde ich jetzt nicht selten. Das ist immer sehr, sehr freundlich. Ähm... Meine Zeit könnte knapp bemissend sein. Ich kann mir keinen Hausbezug leisten. Ich bin sorry, aber ich kann nicht viel für dich hier tun. Du könntest versuchen, zu fragen, aber bemerkend. Most folk won't be as understanding of your little... problem. I'll be heading home soon. Here, let me mark it on your map. Just in case. Now, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. Ja, schauen wir mal. Bezüglich Tränke noch. Ja, auch sie hat's. Äh, Trank der mächtigen Heilung. Ob ich einfach mal von ihr kriege. Der kostet 80. Yo... Nein. Jetzt muss ich drüber nachdenken. Bisschen komisch ist sie schon. Aber nicht. Ähm... Karte. Warte mal. Was ist das? Finde die... Gedanke-Krippe. Finde Zoru. Was ist hier? Sprich mit Kaga. Ruf Heilerin Neti zu Hilfe. Finde die Heilerin Neti. Das ist draußen. Das ist... Hier, wo wir jetzt gerade sind. Oder ist das unter uns? Das ist Dammon. Ich geh mal weiter nach da hinten. Wo der Typ da stand. Da so durch. Das ist klar. Sie können nicht zurückkehren. Das ist der Punkt. Geh aus dem Weg! Sie hat nicht dein Bruder, Arca. Du bist besser als das. Deine Gehirn fragt. Wenn die Crossbow-Balt über sie zerfiel, würde sie schmecken die Metalle bevor sie sterben? Schrauben bevor du deinen Nerv, Tiefling. Wenn du es hast, zu Beginn. Soll ich mich dem mal... Ich glaube, ich gebe mich dem mal ein bisschen hin. Sie macht's. Was jetzt? Glücklich gemacht. Okay. Ja, also... Hier komme ich mal nicht weiter. Wie stimmt das? Oh, wir haben noch einen Stufenaufzug. Ich denke, das ist alles. Erdamas... Zoro... Moment mal. Wer war das? Zoro. Also er hier. Okay. Schräg. Hä? Kannst du da meine Karte öffnen? Nein. Aha. Sprich mit... Wer die geht Yankee-Krippe, die geht Yankee-Kringern. Sprich mit Zoro. Ich glaube, da muss sie, glaube ich, mit dabei sein. Wir gehen da nochmal zurück. Naja. Ja, damit ich sie jetzt kriege, glaube ich muss ich halt ins Lager. Moment mal. Hier. Was ist so unten? Was macht's hier? Okay. Kann schon wieder gewesen so sein. Alles klar. Oh, da gibt's ne Versammlung. Wir brauchen Druiden. Okay. Gott, doch. Darf ich durch? Ohne mich hätten euch inzwischen die Gons im Rand. Ich geh wohin ich will. Warum? Was ist denn hier unten? Ich will keinen Ärger. Kann ich nicht einfach bitte signieren und weitergehen? Das wird in den Kampf enden. Das wird in den Kampf enden. Und ich spiel auf Ego. Okay. Okay. Ich will das nicht. Ich will das nicht verstehen. Eigentlich. Ah, selber als Druiden spielen. Das wäre eigentlich auch geil gewesen. Wer zum Thema 3 passt. Okay. Das ist also das Ritual. Ja. Was ist los? Was ist los? Ah, mein guter Freund. Jetzt dann. Wie würdest du diesen besonderen Batch von Goblins beschreiben? Größe, Natur, Qualitäten? Was ist das? Du recherchst deine Meinung, erfolgreich zu erinnern verschiedene Details von Goblin-Behaviour. Gemünliche Goblins von Peitschern eingeführt und von Bojax flankiert. Dann werden alle Goblins niederträchtig und böse eine genaue Beschreibung liefern. Okay. Da... War kein Trafen? Was? Was? Das war doch nur das eine... Piech da. Äh, was, was haben sie einfach beim Schlachthof die Absolute gesammelt? Ähm... Ja. Aber, glaube ich, der Goblins, Pergament und Tinte nicht wert. Ähm... Ne, ich sag gar nichts dazu. Was? Ja, Vorsicht, es kommen sie nicht für ihr Mittler bekannt. Wartet, warum habt ihr vorhin einen Drachen erwähnt? Was führt ihr euch überhaupt zu tief in die... Ja, eigentlich schon. Du bist komisch, Volo. Also... Also... Ähm... Wir laufen das jetzt hier mit. Wie muss ich da quatschen? Schlafst du da? Äh... Ja... Kann ich den Hebel da öffnen? Ist doch bestimmt nicht gut, wenn ich das mache, oder? Da ist eh nichts drin. Ich dachte, er hat eigentlich... Ich kann diesen Hebel da... Ah, verwenden. Geht nicht. Okay. Hmm... Geht nicht. Okay. Hmm... Geht nicht. Okay. Entschuldigung. Das ist Wahnsinn, Korga. Sie ist nur ein... Ein was, Rath? Ein Thief? Ein Poison? Ein Fehl? Ein Fehl? Ein Fehl? Nichts tun. Einer der Wachen meinte, er wollte mich sehen. Wollte mich einmischen? Hmm... Neh. Der Eidol. Sicherlich... Mach es! Der Schneckes Hiss der Verkaufung eröffnet ihre Intentionen. Falls das Kind zu kämpfen, ist es zu kämpfen, um zu kämpfen. Die Todes eines Kindes. Eine zeitlosere Tragedie, die nie alt wird. Zum Ausgang blicken, damit das Kind wegzulaufen versucht. Dein Verstand will, dass die Schlange das Kind tut, aber dein Herz will es nicht. Hmm... Hmm... Natur schätzen drüben nicht Harmonie. Das Mädchen einzustellen, stört das Gleichgewicht. Überzeugen. Lass sie frei. Ich sorge dafür, dass sie keinen Ärger macht. Ah... Das ist eigentlich ein guter Punkt mit der Harmonie. Jo... Zwölf. Bonus hinzufügen. Ja... Göttliche Führung. Probieren wir es mal. Oh ja! Geil! Ja... Das Kind ist jetzt auf jeden Fall geprägt. Warum... Sicher? Das war nicht mein erster Gedanke. Es ist nur... etwas, das ich mit leben muss. Wie sehr zusehen, seid ihr sicher, dass es nicht mit den Haufen zusammen... Ja... Gut. Äh... Meine Erinnerungen sind alle verschwunden. Spielerlaufe... Hmm... Ja... Machen wir das halt. Wir haben schon viel durch. Wir haben wahrscheinlich noch mehr zu kommen. Wollt ihr es ein bisschen nachvollziehen? Hmm... Ja... Bebär mich nicht eigentlich so. Du bist nicht der Typ der Firma, die ich will. Aber alle Dinge, die zu erinnern... Du wirst es machen. Dankeschön. Ähm... Hmm... Hmm... Ja... Zwei Abzonen. Hm... Ähm... Können wir hier wieder rausgehen? Ich will eigentlich da weggehen. Danke. Und... Du schwebst da einfach so vor dich hin. Ist das jetzt ein Ding? Hahaha. Ja, das Ding hier ist unsere Zeit läuft ein bisschen aus. Äh... Einfach so eine Rast machen. Vielleicht wenn es sein muss. Äh... Etwas Wichtiges auch so schön. Äh... Unser Gleichnis. Das ging aber schnell. Hahaha. Ich werde auch nicht zu schnell. Ähm... Ja... 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 Okay... Äh... 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 Mir schreibt, warum ihr dabei meine Hilfe braucht. Ihr seid doch auch bisher ohne mich zurecht... Ah, das... Das ist böse, aber das wird zu mir passen. Ähm... Das ist auch ein Punkt. Von einem solchen Zustand habe ich noch nie gehört. Ich sage, ihr seid nur auf Freude aus. Ah, das ist ein bisschen fischier. Äh... Ja... Das ist ein Punkt. Aber... Until recently, ich konnte auf eine Supplye von Artefacts... in meiner Tower in Waterdeep. Eine Supplye, die jetzt ist weg. Die Realität der Sache ist, dass ein Lone Wizard... mit einer Krankheit, wie mein eigenes Krankheit... ist nicht in den idealen Situationen... mit Blick auf self-defense. Die Artefacts, die ich brauche... sind oft oft vertreten... auf eine Schöpfung der Schöpfung. Man muss sie meistens aus der Schöpfung der Schöpfung... oder aus der Hand von Violet und Erdowell. Es wird Gefahr involviert. Oder großen Kosten. Hm... Ich kann euch jetzt schon sagen, dass mir diese... sinnbefreite Artefaktsuche einerlei ist. Boah, soll ich wirklich so fies sein? Ähm... Ja, eigentlich... Ja, ähm... würde ich jetzt nicht auch noch... Artefakte für ihn suchen. Und wenn es halt richtig geil ist... hätte ich es eigentlich schon gerne für mich selber. Ah, das... Beziehungstechnisch wird das nicht gut, aber... ja... trifft es ein bisschen. Ich glaube, das geht nach hinten los. So... So... Bolus natürlich. Und... Würfel. Ah... Oh geil. Wir riskieren's. Oh fuck. Wufzeln. Oh fuck. Ah... Ah... Ich glaube, das wird Fail. Oh ne... Aber dann... Quizzeit. Au... Fuck. Hahaha... Critical Fail. Äh... Wobei... Ich kann... Ja komm, wir machen's nochmal. Wir wissen, was da ist. Nein! Ne zwei. Scheiße. Guck mal, einmal noch. Ähm... Ja. Würfeln. Nein! Das gibt's auch nicht! Einmal noch. Ähm... Ja. Würfeln. Geht doch. Einmal noch. Gale's eyes. Staring down the corridors of a dread memory. A book. Bound. And suddenly opened. Inside there are no pages. Only a swirling mass. A blackest weave that pounces. Its teeth. Its claws. It's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods is it ever hungry. Keeping me in suspense, are you? Come on. Tell me. Do we have an agreement or not? Also er lügt, glaub ich, nicht. Mh... Ja, gut. Thank you. I see my trust in you was not misplaced. I'm sure we won't have to look very far, to find what I need. Feirune overflows with magic infused treasure. As do our packs. As a matter of fact, we've such an item already in our possession. Was echt? Spannend. Unsere Gruppe hat einfach nur Probleme. Ähm... So. Wollen wir mit dir quatschen? Kaga. Ja. Go on. Say it. You think I'm a monster? Naja, eigentlich nicht. Mh... Jawohl, der Tori ist gleich ein Beschützten. Dazu braucht man manchmal Grausamkeit. Ja, oh. First you urge Grace. Then you speak truth. You surprised me twice over. Wish me Grace period ends. The Viper's Fangs have been bad. She must guard her brood. No matter. I took back the idol of Sylvanas and the writers resume. Und wir werden die Gräufe, frei von Schmerzen, frei von Intrudern. Ach nee, wir haben andere Probleme. So viele Leute, die Flüchtlinge sind nicht meine Sorge. Äh, ich bin böse und ich habe eigentlich andere Probleme. Ja, ähm. Alles klar, dann ist das wohl beschlossen. Ich gucke mich hier nochmal um. Wo ist eigentlich dieser, dieser Druiden assist? Ach, da. Bist du dieser Gehilfe da? Verletzter Vogel. Kann man mit einem Vogel reden? Naja, also, Nettie. Äh, kann ich zu uns helfen? Das wäre eigentlich auch ich, aber nee. Äh, Heilung sieht aus, als hätte ich die richtige Person aufgesucht. Ich mache, was ich kann. Für die meisten Leute ist das genug. Komm hier. Mal schauen wir dich an. Ja, was ich jetzt nicht erkannt. Ich sage jetzt mal schonungslos. Ja, ich habe eine Larve im Kopf. Ich fühle mich einfach nur krank, mehr als müde. Äh, ja. Gibt es denn noch andere Misserkennung? Ich muss bei ihr, glaube ich, nett sein, weil sonst hilft es mir vielleicht nicht. Ja. Danke. Wie gesagt, vielleicht. Huh, Geheimgang? Alles klar. Irgendwas sagt mir, dass das nicht so einfach funktionieren wird. Petro und ich haben den gleichen Parasiten auf eine weniger tödliche Heilung. Also habt ihr ihn getötet auf den Tisch gelegt. Ist denn jeder hier von Gedankenschälen besessen? Ich dachte nicht, dass es so verbreitet ist. Was hast du damit vor? Äh... Ich glaube, ihr Verstand mit dem von anderen Infizierten verbinden. Ich bin von einem Schiff in den Himmel gefallen, aber etwas hat mich aufgefangen. Nee, was ein Intellektverschlinger hat mit mir gesprochen, als wäre ich seinesgleichen. Äh... erstes. Ähm... Da draußen ist ein Schiff, da hat das Ganze passiert. Er ist dann runtergekracht. Hat vielleicht ein bisschen einen lauter Knall hier gegeben. Ja... A Mindflayer-Ship? Aber Master Halston war sicher... Look... You've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of Wyvern-Poison. Swear to me. You'll swallow it, if you feel any symptoms. Äh... Ja... Was ist mit dem Zweig? The Thorn? Coated in a fatal toxin. It was the last resort. In case I couldn't trust you. Wow. I don't have a cure. Only a way out. I'm sorry for misleading you. But I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Now... Do I have your word or not? Swear it. Ja, good. I hope it doesn't come to that. But... Thank you. Here. You know... I've spent my life treating folk and never once saw a Mind Flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halston and I were tracking them. Studying them. Trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of Mind Flayers out there. But you're not. Weird powers aside. You seem perfectly normal. You can't cure what you don't understand. And as much as I know about Mind Flayers, I can't make heads nor tails of this. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Hmm... Yeah. Could be. But there's a lot we don't know. Infected. Folks like you have been converging on an old temple of Saluna. And I've no idea why. When Master Halston heard the adventurers were heading that way. He saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there. He didn't make it back. Ja, wenn er das gleiche dann getan hat, was du jetzt bei uns gerade abgezogen hast, dann kann ich mir vielleicht denken, was passiert ist. Ah. Dann geht doch und holt ihn. Hmm... Ja. Ja, aber ja, klar. Ah, das klingt irgendwie so, dass ich da eher unsere andere Kameradin, ihn aus dem Lager holen und wir probieren einen anderen Pfad. Mir scheint, ihr stellt alle möglichen Thesen auf, wo mich umbringt, sonst seid ihr sicher, dass er mich heilen kann. Hm. Ich kann es nicht machen. Ich kann es gar nicht machen. Das ist wie nichts, das wir vorhin gesehen haben. Aber ich weiß das sicher. Master Halston ist der einzige, der nahe zu verstehen, diese Dinge zu verstehen. Er ist dein bester Betten, um zu überleben. Otherwise, das ist deine einzige Option. Hm. Na gut, wir suchen ihn mal. Ja, was das betrifft, mal schauen. Gibt es eigentlich hier noch was Nettes? Sollte ich? Verbrechen? Oh. Ja, okay, also wenn es rot leuchtet, hier vielleicht nichts machen. Sonst, da ist auch nichts. Ja, gut, also, sind wir nicht so erfolgreich hier. Ja, also ich würde mal gerne die Party austauschen. Fürs Erste. Hier glaube ich, gibt es ja auch nichts mehr. Ja, okay. Liebe Leute, wir sind ja schon wieder in einer Zeit. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Episode. Und, oh je. Unsere Gruppe ist einfach nur mit Problemen übersieht. Und vor allem das mit dem Magier, das glaube ich, wird noch spannend. Aber andererseits, wenn wir auf die Dungeons reingehen, werden wir verantwortlich nicht so ein Problem haben. Das wird so richtig. Das wird alles übergehen. Die Rituale sind fast fertig. Was, ich glaube, hat es andere Probleme. Also, wenn es euch gefallen hat, ist das Flaschendäme nach oben da. Und dann, bis bald bei uns im Abenteuer. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Tschö, 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 tsch